Hallo bei Arctis.de. Heute möchte ich euch einmal das Grubenheld iPhone 6 Outdoor Case präsentieren. Ihr seht eine ziemlich robuste Hülle und die hält schon einige Stöße, einige Schläge aus. Also ist nichts filigranes, sondern es ist etwas richtig robustes. Diese Schutzhülle besteht aus mehreren Schichten. Dazu komme ich gleich noch mal. Aber jetzt schaut euch erst mal kurz die Hülle mal im Ganzen so an. Ihr seht freier Zugang zur Kamera, zum Kamerablitz. Das Apple-Logo war frei und ja die Schalter und Bedienelemente sind natürlich frei. Ihr seht an den Seiten die Power-Buttons, Entschuldigung, die Laut- und Leise-Regler sind noch mal entsprechend geschützt. Der Mute-Button ist auch frei zugänglich. Unten natürlich freier Zugang zum Lightning-Port und an den Seiten seht ihr noch an der anderen Seite seht ihr noch mal der Power-Button an dieser Stelle ist auch noch mal ein bisschen geschützt. Das Case macht also einen ziemlich wertigen Eindruck. Und noch mal hier hinten die Rückseite. Das Apple-Logo kommt also bestens zur Geltung. Ist also was ziemlich robustes. Nicht also ja ein bisschen schwerer in der Hand als ein normales Case. Hat auch noch zusätzlich einen Ständer integriert. Damit könnt ihr euer iPhone aufstellen, wenn ihr zum Beispiel mal Video chatten wollt oder Filme gucken wollt. Also ist praktisch der Ständer schon im Case integriert. Kann also ganz nützlich sein. Und ja, wenn ihr es das Schöne ist, also ihr seht es jetzt hier. Man kann das iPhone relativ einfach aus dem Case entfernen oder wieder reinstecken. Und das iPhone ist durch eine duale Schicht geschützt. Innenliegendes TPU schützt das iPhone also durch so eine gummierte Schicht. Das ist also besonders flexibel, dass der innenliegende Teil dieser Hülle. Und ja, da werden also entsprechend die Stöße mit absorbiert und euer iPhone bestens geschützt. Außen herum herum nochmal so eine Polycarbonatschale, so eine Hartplastik Außenseite. Und da habt ihr den perfekten dualen Schutz. Also diese Grubenheld Hülle fürs iPhone 6 kann also etliches abhaben. Also eigentlich die perfekte Hülle für den Bau. Oder für Architekten oder einfach Leute, die im Alltag so einiges erleben. Die Outdoors Sportler und sonstiges. Macht also wie gesagt einen sehr stabilen Eindruck. Wird es auch so entsprechend sein. Den Falltest habe ich jetzt mal nicht gemacht mit der Hülle. Aber ja, ich denke mal ihr könnt euch vorstellen, dass diese Hülle einiges abhält. Hinten die Seite, da sind, man sieht diese Gumminoppen auf der Rückseite. Die sind also auch nochmal, sorgen für den entsprechenden Grip, so dass ihr also beim Telefonieren das iPhone 6 sicher in den Händen halten könnt. Das sind so, ja das sind diese Gumminoppen hier. Fühlt sich also auch entsprechend nochmal wertig an. Und ja, das ist sie. Die Grubenheld iPhone 6 Outdoor Hülle gibt es jetzt bei uns bei hacktes.de